Hallo aus dem wunderschönen Refenau. Heute ist der letzte Tag des Jahres 2022 und ich wollte mit einem schönen Video so das Jahr abschließen und mich noch mal herzlich bedanken an alle und ich hoffe dass das ja das nächste Jahr ein schönes ein gutes Jahr wird mit Gesundheit und ja schöne Momente für jeden und ja wirklich vor allem Gesundheit das ist wirklich das wichtigste und ja ich hoffe dass es auch videomäßig ein schönes Jahr wird und ich will mich noch mal herzlich bedanken für eure Messages, für euren Support und für die vielen netten Worte für meinen Kanal, für die Videos. Bleibt gesund und feiert schön und vielen vielen Dank noch mal für alles. Yes, hallo from the very beautiful Refenau. It's the last day of the year 2022 and I want again to say many thanks for all the kind words that you had sent to me during the year and for your support and thank you so so much I wish really that I could say to every one of you personal thanks but I think it's impossible and I hope for the new year that you really have beautiful moments that you really have beautiful moments that you are healthy because it's the most important and that you have blessed moments and yes those are my wishes for you all and thank you again so much for everything that you had written the comments and thank you so much for everything that you had written in the comments and for your support always many many greetings to some special friends in Canada in Portugal in Sweden in Germany in England there are so many so many names that I would I wish that I could tell them now but I will do that another time Ja und wir sind jetzt hier übrigens am Strand wir laufen in Richtung Perivoglia Missiria und wenn ihr wollt könnt ihr mal ich kann ja mal so ein Video machen da können wir dann so Fragen antworten beantworten zum Beispiel hatte ich jetzt letztens eine Frage ob es hier über den Winter genug Restaurants und Cafés gibt wo man wo man wo man sich halt hinsetzen kann oder ob es leer ist natürlich gibt es hier sehr viele Geschäfte und Restaurants und Restaurants ist hier eine Stadt die über das ganze Jahr natürlich sehr viele Leute hat sehr viele Studenten und natürlich ist hier auch über den Winter was los im Sommer sind halt sehr viele Touristen mit dabei und Es ist halt anders aber trotzdem ist hier auch über den Winter vieles los Es sind übrigens auch einige Leute im Wasser ich zeige euch das mal da schwimmt einer hinter diesem Boot ich versuche das mal so ein bisschen rein zu zoomen Es Französ kommt Es ist hier auch in Frage Es gibt ja immer jemand zu im Wasser Es ist hier auch in Wahr Es gibt ja ich Sige Es ist hier auch noch im hell Also viele liebe herzliche Grüße aus Refenau, bleibt gesund und habt einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Many, many greetings again from Refenau, and enjoy the evening today, and have a beautiful way inside the new year, bye!